So Leute, da sind wir schon wieder bei der nächsten Aufgabe, nämlich untersuche den abgestürzten schwarzen Helikopter. Warum schwarzer Helikopter? Weil wir wissen ja, hier oben ist auch ein abgestürzter Helikopter, aber der ist in dem Fall nicht gemeint. Den, der hier gemeint ist, ist nämlich bei Misty. Gerade da, wo ich auch bin, einfach da ist der Wächterturm und da unten müssen wir hin. Jetzt hoffe ich nur, dass mich hier keiner stört. Sollte mich doch einer stören. Na gut, er ist da weg. Ich bin nämlich extra jetzt später hin. Zack, dann gehen wir nämlich einfach auf einstellen und dann rauschen. Ja, plus, minus, zack, geschafft. Also, ihr müsst einfach nur dahin gehen. Einmal plus, einmal minus, also eigentlich im Prinzip drückt zweimal x und schon habt ihr die Aufgabe auch geschafft. Also, wie ihr seht, ganz simpel. Ich markiere das Ganze gerade nochmal auf der Map. Ich gehe dafür extra auf die Karte, dann einmal reinzoomen. Wie gesagt, hier ist der Wächterturm und quasi schräg da drüber oder vom Bodenwagen aus hoch und dann leicht nach rechts. Also, ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Wenn ja, lasst doch gerne ein Like da. Wenn du noch kein Abonnent bist, gerne ein Abo raushauen und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein.